Was bringt Ihnen eine Strategie? Gesundes Wachstum, gezielte Personalentwicklung, gesicherte Nachfolgeregelung und geringere Zinskosten. Unsere Alleinstellungsmerkmale dabei sind, wir sind keine Berater, sondern Trainer. Wir trainieren Sie in vier wichtigen Säulen. Erstens Ihre Situation im Vergleich zum Wettbewerb. Zweitens Zielsetzung. Drittens Umsetzung. Viertens Nachhaltigkeit. Die dafür erforderlichen Werkzeuge trainieren wir in drei bis fünf Trainingsblöcken. Ihre Führungskräfte erhalten anschließend Projektaufgaben, die Sie selbstständig in den nächsten zwei bis drei Monaten bearbeiten. Das Ergebnis ist ein Umsetzungsfahrplan für die nächsten zwölf Monate mit messbaren Quartalszielen. Darüber hinaus wird eine vier Jahre Mittelfristplanung erarbeitet. Wenn Sie also in Zukunft weniger im Unternehmen und mehr am Unternehmen arbeiten wollen, sind wir für Sie der richtige Trainingspartner. Verstehen Sie diese Dinge an, auch ich also in Zukunft verstehe. equiporisieren Sie sich weiter.